22. Juni 2018, Freitag. Wie immer ist auch heute am Freitag Fischtag. So gab es heute mein ultimatives Lieblingsgericht vom Fisch. Und zwar ist das der Sahnehering in einer feinen Sahnesauce sowie den rote Heringssalat. Dazu gab es Petersilien, Salzkartoffeln. Ein sehr feines Gericht. Mhh. Zur Präsentation von diesen beiden Heringsgerichten habe ich unseren Bauernteller wieder genommen und habe das Mittagsmahl sehr schön hergerichtet. Denn das Auge isst ja auch mit. So schmeckt es nochmal so gut.